hey leute ihr wisst ja wie meine einstellung ist man muss auch mal was zurückgeben und ich habe heute ein paket gekriegt richtig geil ich habe mich schon so lange darauf gefreut wisst ihr wie das ist dann kann man nicht schlafen und so mich macht das halt sehr glücklich wenn man sage ich mal wem eine freude machen kann und die sage ich mal die profiboxer richtig erfolgreichen profiboxer brauchen mir keine hintergrundinformationen geben wie ihr trainingsstand ist oder wie ihre diät verläuft ja weil wie gesagt ja ich bin ja nicht so bekannt dann brauchen die mir wenn sie mich ja nicht kennen keine infos geben das hat aber einer gemacht und deswegen habe ich 5000 euro gewonnen und ja deswegen habe ich da was vorbereitet und habe ihnen was gekauft oder bestellt worüber ich mich freuen wollen und zwar leute ist das ich zeig es euch mal ein goldener boxhandschuh die hat natürlich keine namen nennen um welchen boxer es sich handelt aber ich hoffe mal er freut sich wenn man da schon mal wie gesagt ja eine sehr hohe summe geld gewinnt und eingeholfen hat dann muss man auch was zurückgeben ihr wisst ja zehn prozent vom wettgewinnen und so muss man ja immer trinkgeld geben oder was gutes tun und hier ist er ja lieber 5 oder 8 gold und hier verzierungen beim daumen und so sieht richtig schön aus na gut das wollte ich bloß mal mitteilen wenn euch das video gefallen hat dann lasst einen daumen oben da vergesst nicht den kanal zu abonnieren und würde mich freuen wenn du mich da ein bisschen unterstützt und bis bald